Bioshock Achso, das ist bloß sowas, naja Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ich guck mal kurz Äh, wir sind jetzt da Okay Das heißt, wir müssen Moment, 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 Moment Kann ich hier irgendwie Achso Gehe zum Farmers Market Besorge sieben Einheiten Destilliertes Wasser Okay Habe ich das jetzt aktiviert Erkunde Erkarrier und den Farmers Market, um für die Herstellung Des Vectors genug davon zu besorgen Okay Hauptquest ist also erstmal zum Farmers Market Zu kommen Die Frage ist natürlich nur, wo der ist Ich glaube, ich war wahrscheinlich schon mal da gewesen Ja Hatte ich mir ja, war ja klar, dass das noch ist Äh, hier war es glaube ich nicht Wo muss ich denn jetzt lang Irgendwo klopft hier was Irgendwo ist hier ein Big Daddy Zeig dich Hä Wo ist denn der Okay Muss ich jetzt Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss zum Markt Und ich glaube, der war nicht hier Wo war denn der? Aber wir können uns erstmal Muni holen Ja, hallo Amigo Zwar nicht so viel MG-Patronen haben wir noch genug Ich glaube, ich würde erstmal Hier Ja, Pistolenkugeln Na komm Zwei Pistolen Zwei noch Pistolenkugeln Und dann nehme ich mir noch Was nehme ich mir noch? Schrot haben wir sechs Ich glaube, da nehme ich auch nochmal was davon So Und schon können wir uns nichts mehr leisten Aber wir haben Ja Ja, wir haben immerhin ein bisschen Munition Muss ich jetzt hier lang War das hier, wo wir jetzt hin müssen Oder Äh, nein Hier war es bestimmt nicht Scheiße, von wo kam ich denn? Ich muss zum Farmers Market Alter, ich habe mich komplett verlaufen gerade Wo ging es denn jetzt hier lang? Scheiße, das ist aber auch so ein Labyrinth Okay Irgendwo pfeift hier jemand Nee, hier war es nicht Hä? Von wo? Ich habe keine Ahnung, von wo ich gekommen bin Das gibt es doch nicht Ich laufe fünf Meter und schon habe ich mich verlaufen Okay Also von hier war es nicht Muss ich Aber da gerade durch war es doch auch nicht Oder doch Kann er nur so gewesen sein Okay Dann eben hier lang Kann er bloß hier gewesen sein dann Ach, da ist er Ja, und wie komme ich jetzt hier wieder Hey, ihr wollt mich doch verarschen Ja, bleibt mal gechillt Hä? Wo geht es denn jetzt hier? Ich weiß, ich könnte den Pfeil jetzt anmachen, aber Ah ja, jetzt sind wir wieder hier oben Okay, jetzt sind wir hier Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, wie ich jetzt zu diesem Markt komme Ach, wenn das nicht alles so kompliziert wäre Kommt hier jetzt eine Little Sister oder so Nee, kommt nicht Okay Hier muss es doch irgendwo Nee, von hier bin ich gekommen Da bin ich mir hundertprozentig sicher Da komme ich nicht durch Hä, ich check's nicht Ich guck erst mal hier, ob der eine Little Sister ruft Ich kapier's gerade echt nicht Das ist mir gerade echt zu hoch Na los, klopf da dran Wir wissen, ob da was kommt Aber ich hab bestimmt keine Granaten mehr, um den abzuschießen Nee, kommt nichts Also kann er leben Gut Jetzt bin ich aber trotzdem nicht weitergekommen Chlorophyll-Lösung nehme ich einfach mal mit Napalm, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön Hilft mir aber nicht weiter Bei meiner Suche nach dem Ausweg zu Dem Markt Jetzt bin ich wieder hier Das ist doch unglaublich So, Moment Jetzt reicht's mir Jetzt muss ich doch hier leider die Kompassnadel anmachen Sonst komme ich hier nicht weiter In diese Richtung zeigt er Ich bin so schlau Ähm Ja Komm her Ist er jetzt tot? Hat er sich gerade selbst in die Luft gesprengt, der Idiot? Er hat sich selbst in die Luft gesprengt Ja, das ist ja schön Wenn du jetzt endlich glücklich bist, dann erfreut das mein Herz Ähm Wo ist er denn da? Ist er ja Könnte ich jetzt natürlich mal fotografieren Ich glaub, das mach ich jetzt einfach mal Na komm Alter Okay, dann geht das also nicht Ich dachte, ich kann die auch tot fotografieren Ich hab 14 Pistolenkugeln Die reichen natürlich für wahnsinnig viel So, wo geht's jetzt hier zum Supermarkt? Oder To the Market, wie's heißt Ich lad mal nach Ach hier, Farmers Market So, sieht das hier also aus Der Farmers Market Ja Geh mal einfach mal rein Äh, Waterfall Grotto Hä, wo ist er denn schon wieder? Ach, da Du willst aber jetzt nicht hier rein, oder? Nee Haben wir hier irgendwie den Little Sister vergessen? Zwei Little Sisters in diesem Level Aber ich glaub, die haben wir schon geholt Und ehrlich gesagt Ich warte jetzt nicht, bis der da klopft Das wird mir zu blöd Alter, was ist denn hier los? So ein Haufen Big Daddy ist hier Das gibt's ja nicht Ah, ein Verbandskasten Schön Gut Gut Farmers Market in diese Richtung Soll ich mir die packen, oder? Ach nee, das ist wieder hier Da, wo die Rose war Da geh ich jetzt nicht hin Hä? Ach, da muss ich doch hin Verdammt Na, komm schon Na los, lauf rein Ja Stirb Ach, ich treff noch nicht mal So, jetzt aber So, einmal Energie Und dann bitteschön weiter Äh, ich treff noch nicht mehr Äh, ich treff noch nicht mehr Achtung! Ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Apollo Square umgesiedelt. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, lecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Hm, das ist aber nicht schön, junge Frau. Da müssen wir, glaube ich, nochmal reden. Stand da gerade Ferienparadies? Ah, Ferienparadies Arcadia Raptures. Oder von Arcadia und Rapture. Okay, und ich glaube, hier kommen wir jetzt dann in den neuen Abschnitt. Aber ich würde ganz gerne nochmal hier kurz schauen, ob hier vielleicht noch irgendwo was vergessen wurde. Ich glaube nicht. Den haben wir schon, den haben wir schon. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal ganz frivol und fröhlich in den neuen Abschnitt rein. Vorher natürlich, wie immer, speichern. Inhalte werden gespeichert. Das freut mich. Und dann gehen wir in den neuen Abschnitt. Was war das jetzt gerade? War das eine Art Erinnerung? Shot zum Markt. Farmer's Market. Fallenbolzen können mit Hilfe von Telekinese entschärft werden. Oder mit Sprengstoff gezündet werden. Okay, werde ich mir merken. Fallenbolzen. Also, besser gesagt, Bolzen fallen wahrscheinlich. Und das Bild hier, was da eben gerade war, sah aus wie eine riesengroße, überdimensionale Nase. Na ja. Ach. Ähm. Ach so. Farmer's Market. Ein Mensch erschafft, ein Parasit fragt. Wo ist mein Anteil? Enzymprobe. Enzymprobe gefunden. Eins von sieben. Bienenenzym. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht. Ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Aha, was denn für ein Enzym? Ziel aktualisiert. Besorge sieben Enzymproben. Ja, ich möchte aber gerne noch mal hier kurz... Ähm... Farmer's Market. Kriege ich das so hin? Ich hoffe doch. Ja, so kann man es machen. So sieht das ganz gut aus. Ich wollte dann noch mal genau das Bild wirken lassen. Okay, Maschinengewehr. Hübsch. Hm. Gefällt mir hier. Was steht da hinten? Wall-E. Wall-E. Keine Ahnung was. Ich kann dich gerade nicht so richtig entziffern. Aber naja. Ich habe schmerzen beim Atmen.